Hallo und herzlich willkommen bei unserem ersten Let's Play von Minecraft. Wir führen euch jetzt ein bisschen durch die Welt. So, das ist ein Haus von uns, was wir gebaut haben. Und da kommen wir auch direkt zu einer Brücke, die über den See führt. Um auf die andere Seite zu gelangen, natürlich. Ja, wofür denn sonst? So, hier haben wir noch ein paar Bäume, einen Baum stehen lassen. Und da ist das McGameClan, der McGameClan. Ja, schwer auszusprechen, aber das geht. So, jetzt ein paar weitere Häuser von uns und rechts von uns auch schon unsere kleine Farm. Um Zucker abzubauen, um es nicht mal mit der Hand zu machen, sondern mit Maschinen. Das erklären wir gleich. So, da haben wir Schilder von uns. Und hier kann man drücken, um das zu ernten. Dann schneidet ein... Ja, dann wird das abgeschnitten. Und es kommt da unten am Wasser raus. So, wie man sieht. Und links und rechts natürlich ein Knopf für das linke und das rechte. Und da haben wir auch schon das Zuckerrohr aufgesammelt. Und wie man gerade eben gesehen hat, da war Redstone. Ja, natürlich. Das ist schwierig. Um das alles zu verbinden, dass es alles auch reibungslos klappt. Ohne Redstone würde hier gar nichts klappen auf dieser Farm. Und das ist für Melonen. Und da kommen auch gleich schon die Melonen angeschwemmt. Aber da muss man erst noch was warten. Das dauert etwas länger. So, da sind die Melonen. Sehr langsam, allerdings. Wie man sehen kann. Und ja, was wollen wir denn noch zeigen? Mal sehen. So, wir laufen. Da noch mal die Brücke. Eine andere Brücke. Und den wir Gangclan. Genau. Ein schöner Brunnen. Hier ist eine Haus... Eine Hausgemeinschaft. Ja, eine... Keine WG. WG wäre allerdings... Wenn viele in einem Haus leben. So, äh... So, das ist die Brücke der Epigkeit. Wo wir gerade lang gehen. Sehr episch natürlich. Total. Ja, wie man sehen kann. Die sieht schon besser aus als die Brücke von eben. Sehe ich nicht halt. Hier noch ein paar Bäume. Die haben wir natürlich stehen lassen. Damit hier die Landschaft nicht versaut. Wir haben uns einfach irgendwo anders unser Holz gemult. Da unten ist unser Unterwasser... Unterschlupf. So, da... Gehen wir jetzt mal rein. Würde ich mal sagen. Das sieht doch sehr toll aus. Und hier natürlich unser Tool. Da ein paar Kisten. Mit... Gegenstärken drüber. Hier hat man so einen richtig schönen Ausblick. Ins Meer hinein. Natürlich. Und wieder... Eine Kiste. Eine Kiste mit sonstigen Sachen. Und... Unser Öfen. Haben wir hier. Und natürlich alles mit Fackeln. Damit da auch Licht ist. Und da geht es eine Leiter hoch. Und... Jetzt... Haben wir hier wieder einen Kronen. Und natürlich wieder das Wasser. So... Über die Brücke der Ewigkeit gehen wir jetzt wieder. Um in der... Um auf die andere Seite wieder zu laden. Ja. Und... Hier sehen wir ja verschiedene Häuser. Arten. Haben wir hier auch verwendet. Damit das eben ein bisschen abwechslungsreicher ist. So... Da... Da... Mit Taco... Strike und... Ein anderer Kumpel. Das war aber gerade ein Leck. Das kann schon mal passieren. Und jetzt... Und jetzt... Wir wissen im Moment solche Lecks. Die verbessern immer. Aber machen einfach nicht. Hier... Mit... Sand gebaut. Auf wieder eine Brücke. Und da... Und da... Unser Sandhaus gesehen. Genau. So... Was haben wir denn hier noch? Natürlich viele Kapitän. Und... Ja... Wir... Gehen jetzt mal... Dahin. Ich muss mal sagen. Lauf, lauf, lauf. Oh, da sehen wir schon einen ersten Creeper. Ja. Und lauf mal schnell von ihm weg. Denn... Der Karte ist ja... Explodieren. Ja... Das wissen die meisten, die sich das Video angucken. Oder jetzt.